Und wir gehen jetzt live nach Salzburg zum KPÖ-Landessprecher und Spitzenkandidaten K. Michael Dankl. Schönen guten Abend. Einen schönen Abend aus Salzburg. Herr Dankl, Sie haben mehr als 11% geholt. Sie wollen die Lebensbedingungen und vor allem die Wohnpreise ändern, aber in die Regierung wollen Sie auf keinen Fall. Wie passt das zusammen? Das Schlüsselthema in Salzburg sind die steigenden Wohnkosten. Man zahlt in Salzburg in der Stadt mittlerweile für 70 Quadratmeter Wohnung im Durchschnitt 1300 Euro. Und wir haben bei den letzten Landtagswahlen 2018, 2013 gesehen, dass alle Parteien versprechen, die steigenden Wohnkosten in den Griff zu kriegen, vor der Wahl. Aber dass nach der Wahl viele Versprechen wieder unter den Tisch fallen. Und wir haben als KPÖ-Plus gesagt, damit das nicht wieder passiert, damit nicht wieder die akuten Ideen, die in die Wahlprogramme drinnen stehen, aber da nie Wirklichkeit werden, dass die nicht wieder unter den Tisch fallen, da braucht es ein kritisches Gegenüber zur kommenden ÖVP-geführten Landesregierung. Das Druck macht und an die Versprechen erinnert. Sie könnten aber auch einfach in die Regierung gehen und sich an die Wahlversprechen halten und etwas gegen die Wohnungspreise unternehmen? Ich glaube, wir stehen da in wohnungspolitischen Fragen so ziemlich auf der anderen Seite als die ÖVP. Die ÖVP hat in der Amtsperiode von Landeshauptmann Haslauer zum Beispiel bei der Wohnbauförderung 1,2 Milliarden Euro aus der Wohnbauförderung genommen, das Budget damit aufpoliert und das Geld fehlt natürlich beim leistbaren Wohnen. Wir haben als KPÖ-Plus immer gesagt, wir stehen auf der anderen Seite, nicht auf Seite der Investoren, sondern auf Seiten der breiten Mehrheit, die einfach die Wohnkosten nicht mehr zahlen kann. Und ich bin realist genug zu sagen, es gibt genügend Parteien, die gerne die Juniorpartner der ÖVP werden. Es wird wahrscheinlich ein Wettrennen nach unten geben, welcher Partei sie am billigsten hergibt. Da werden wir nicht mitmachen, sondern wir haben gesagt, es braucht in der Demokratie immer auch eine Opposition, weil egal welcher Partei da mit der ÖVP koaliert, es braucht einfach ein kritisches Gegenüber, das eben die Regierungsparteien an ihre eigenen Wahlversprechen erinnert und Druck macht, dass die gerade beim Thema Wohnen, aber da geht es um Pflege, den öffentlichen Verkehr, um das Bildungssystem, die Schere zwischen Arm und Reich, dass man da was weiterbringt. Der Erfolg gestern hat wahrscheinlich auch Sie überrascht in der Stadt Salzburg. Sind Sie sogar zweitstärkste Partei geworden? Dort sind nächstes Jahr Gemeinderatswahlen. Werden Sie antreten und Bürgermeister werden wollen? Also wir waren selbst überrascht davon, wie viel Zuspruch wir bekommen haben. Wir sagen aber auch, mit sehr viel Demut, das ist eine riesige Verantwortung. Also wir wissen, dass das auch nicht leicht wird, in den nächsten fünf Jahre dafür zu sorgen, dass man mit den Möglichkeiten, die der Einzug in den Landtag uns gibt, dass wir da was weiterbringen bei Soziales, beim Thema leistbares Wohnen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade in der Stadt Salzburg der Zuspruch am stärksten war. Das liegt zum einen daran, dass die Stadt Salzburg die größten Probleme bei den steigenden Mieten, Betriebskosten, Energiekosten hat. Es liegt aber auch daran, dass wir in der Stadt Salzburg als KPÖ Plus ja seit vier Jahren schon im Gemeinderat im Stadtparlament vertreten sind. Und dass wir nicht drei Wochen vor der Wahl auftauchen, wie manche anderen Parteien, sondern wir sind tatsächlich auch das ganze Jahr auf der Straße, bei den Wohnanlagen unterwegs, mit Informationen, mit Haustürgesprächen. Ich mache Sprechstunden als Gemeinderat, wo Salzburg und Salzburgerinnen in Notlagen zu mir kommen, wo ich versuche zu helfen. Und ich glaube, Leute merken sich schon, wer auch nach der Wahl für sie da ist. Die Gemeinderatwahl nächstes Jahr wird sicher spannend, wir werden als KPÖ Plus auf jeden Fall antreten und hoffentlich auch da stark genug werden, dass wir so viel Druck aufbauen können, dass beim Schlüsselthema Wohnen was weitergeht. Gut, jetzt waren Sie ein sehr starkes Wahlmotiv. Sie waren bis 2017 bei den jungen Grünen, sind dann dort im offenen Streit mit der Parteiführung rausgeflogen. Jetzt sind Sie KPÖ-Mitglied, aber wie kommunistisch sind Sie eigentlich? Also ich glaube, ich vertrete heute noch recht ähnliche Ansichten wie vor fünf oder vor zehn Jahren. KPÖ steht ja dafür, dass wir schon glauben, dass eine bessere Welt möglich ist, wo die Ausbeutung von Mensch und Natur, wo man da das überwindet, wo man die Reichtümer der Welt einfach gerechter verteilt, wo man für mehr Demokratie einsteht. Wir haben damals bei den jungen Grünen versucht, einen Beitrag zu leisten, mit dem Rauswurf durch Eva Klawischnik, habe dann auch ich gesagt, das ist einfach nicht mehr die Partei, wo ich mich mit Engagement, mit viel Herzblut einsetzen will. Es braucht was Neues. Das haben wir dann in Salzburg mit KPÖ-Plus angefangen aufzubauen. Aber wir sagen im Unterschied zu den anderen Parteien schon, wir sind kapitalismuskritisch und wir sagen, da wo es um Grundbedürfnisse der Menschen geht, beim Wohnen, bei Licht, bei Wärme, beim öffentlichen Verkehr, da darf nicht der Profit einiger weniger im Vordergrund stehen, sondern da geht es darum, eine öffentliche, gute, leistbare Versorgung bei diesen Grundbedürfnissen sicherzustellen. Und da sind wir in Salzburg beim O-Bus, der nur einmal alle Viertelstunden fährt, das ist schlechter als in den 1980er-Jahren, weit davon entfernt. Da sind wir bei den horrenden Wohnkosten weit davon entfernt. Und da gibt es einfach irrsinnig viel, was sich ändern muss. Sie sagen, Sie wollten etwas Neues machen, aber Sie haben halt ein Wahlbündnis mit einer Partei, die kommunistisch heißt. In kommunistischen Regimen sind Millionen Menschen gestorben, noch viel mehr haben gehungert, gelitten, freie Meinungen wurden unterdrückt, Gegner kaserniert. Kann man sich da 2023 noch stolz einen Kommunisten nennen? Ist das etwas Neues? Also man kann ja auch aus guten Ideen, und die gehen ja zurück ins 19. Jahrhundert, wo es darum gegangen ist in der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, eine Verbesserung im Leben der Menschen zu erreichen. Man kann aus der besten Idee was Schlechtes machen. Wir haben heute auch als KPÖ Plus mit den ganzen Diktaturen, den Kommando-Wirtschaften, überhaupt nichts am Hut. Aber man wirft ja heute auch der katholischen Kirche nicht mehr die Inquisition oder die Kreuzzüge vor. Wir haben uns von auch gegenwärtigen Diktaturen ganz klar distanziert. Wir treten sogar für mehr Demokratie ein, weil es viele Themen gibt, wo die Bevölkerung eigentlich sogar schon weiter ist als die etablierte Politik. Ein Beispiel, in Österreich sagt laut jeder Studie eine Mehrheit der Menschen, dass die Superreichen, die reichsten 1-2 Prozent, einen größeren Beitrag an der Finanzierung zum Beispiel des Gesundheitswesens, des Bildungswesens, des Sozialstaates leisten sollten. Trotzdem hat Österreich im Vergleich zu anderen Ländern keine Steuern für die Superreichen. Österreich ist eigentlich ein Steuersumpf. Also eigentlich wäre da die Bevölkerung schon weiter als die Politik. Und ich denke mal, wenn man mehr Mitbestimmung der Bürger und Bürgerinnen, mehr direkte Demokratie ermöglichen könnte, würde vielleicht da bei solchen Themen was weitergehen. Das sind ja linke Themen, die wahrscheinlich viele linke Wählerinnen und Wähler ganz generell gut finden. Etwas, was vielleicht etwas mehr polarisiert ist, zum Beispiel die Position der KPÖ zum Thema Europäische Union. Im Parteiprogramm der Bundes-KPÖ wird der EU-Beitritt konsequent Anschluss genannt. Die EU ist ein, Zitat, Zentrum imperialistischer Macht. Die europäische Einigung eine, Zitat, Illusion. Wollen Sie auch einen Austritt Österreichs aus der Europäischen Union? Nein, das sehe ich auch anders. Wohin ein Austritt führt, das sieht man gerade in England, wo, und ich habe einige Bekannte in London, die mir das erzählen, wo das Land in vielerlei Hinsicht wirklich den Bach runtergeht. Was ich schon glaube, ist, dass man die Europäische Union anders, nämlich weniger neoliberal, mehr sozial gestalten sollte. Wir haben in Salzburg beim letzten EU-Wahlkampf plakatiert, wer Europa will, muss es sich von den Reichen holen. Warum? Weil in der Europäischen Union schon eine ganz starke Schlagseite da ist, die Interessen von großen Unternehmen, von Konzernen, von Banken zu fördern. Man reguliert alles Mögliche, aber es gibt zum Beispiel keine sozialen Mindeststandards. Also ich glaube, die EU müsste sozialer werden und sie müsste demokratischer werden. Aber kein EU-Austritt? Nein, auf keinen Fall. Ich würde die EU viel mehr demokratisieren, sozialer machen, schauen, dass die Regierungsparteien die Regierungen weniger zu sorgen haben, dass man wirklich eine Demokratie stärkt. Ich glaube, dann würde man auch eine sozialere Politik haben. Gut, die steirische KPÖ haben Sie als Ihr Vorbild genannt. In deren Programm habe ich heute gefunden, Kommunistinnen und Kommunisten verteidigen das sozialistische Kuba, die Souveränität der Volksrepublik China, Vietnams und anderer Länder mit alternativen antiimperialistischen Entwicklungswegen. Ist das auch eine Position, mit der Sie können oder schließen Sie sich da auch nicht an? Also das würde ich anders sehen. Also ich sage für mich auf jeden Fall klar, mit Diktaturen in keiner Form habe ich irgendwelche Sympathien. Ich glaube, man müsste eher dafür eintreten, wie man auch in autoritär regierten Regimen die Menschen, und das sind ganz oft junge Menschen, das sind kulturell engagierte Leute, wie man die unterstützen kann. Das gilt im Übrigen auch für Russland. Ich glaube, man müsste schauen, wie man zwar die russische Zivilgesellschaft unterstützen könnte, beim Versuch, das Land zu demokratisieren, diese ganzen riesigen Schritte in Richtung Autokratie, in Richtung Unterdrückung wieder rückgängig zu machen. Aber ich glaube, da müsste man sich wirklich überlegen, wie könnte man auch als ein neutrales Land wie Österreich einfach einen echten Beitrag leisten. Ich habe das Gefühl, in Österreich sagt man oft, man ist neutral und macht einfach Geschäfte mit allen Seiten. Aber wie sehr setzen Sie sich denn da auch in der eigenen Partei ein, gerade bei Ihrer Russland-Position, wo Sie ja immer wieder gesagt haben, Sie finden den Angriffskrieg nicht gut, Sie verstehen da auch die Position der Ukraine, haben mich aber bisher noch kein großes Wort der Kritik an den Positionen etwa von Werner Murk, KPÖ-Landtagsabgeordneter in der Steiermark gehört, der die Ukraine eine Krüppel-Nation nennt, der ein Belarus-Auftritt und die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepublik dann jetzt gefeiert. Diese Position werden Sie dann wahrscheinlich auch nicht teilen. Konsequenzen hat das aber alles nicht. Sie sind jetzt Chef der mit Abstand stärksten KPÖ-Landesgruppe. Was ist denn da jetzt die Position der KPÖ? Kann das alles innerhalb eines Parteibogens existieren? Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen und es hätte bei uns auch keinen Platz. Ich bin da weder bei der Wortwahl beim Herrn Murk noch vom Inhalt her. Und ich habe mich in Salzburg ganz klar dafür eingesetzt, dass man zum Beispiel statt Salzburg mit der ukrainischen Zivilbevölkerung Solidarität zeigt, einen Soforthilfefonds mit 30.000 Euro startet. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass man in Salzburg viel genauer hinschaut, wo die russischen Oligarchen, die das Putin-Regime unterstützen, ihre Vermögenswerte auch in Österreich versteckt haben. Da reden wir von Grundstücke an Seen, von Villen, von irgendwelchen dubiosen Konten. Leider hat halt auch in Österreich eine ganze Reihe von Banken, von Vermögensverwaltern ein sehr gutes Geschäft gemacht, solche Oligarchenvermögen zu verstecken. Ihr habt das Gefühl, da will man oft gar nicht so genau wissen, auch von Seiten der Bundespolitik, welche Oligarchen, welche Herkunft auch immer, in Österreich das Vermögen verstecken, das sie von ihrer eigenen Bevölkerung geraubt haben. Aber passen Sie und Herr Murk in eine Partei? Ist das eine Gesinnung? Es ist eine Minderheitenposition, die der Herr Murk vertritt. Die große Mehrheit an der KPÖ ist ganz klar auf Seiten von Demokratie. Und wo man sagt, ein Angriffskrieg wie der von Putin, den kann man nicht irgendwie entschuldigen oder gutheißen. Wenn man aber Putin-Fans in Österreich sucht, Freunde des russischen Regimes, ich glaube, da wird man bei der OMV oder vielleicht bei der Wirtschaftskammer mehr finden als in der KPÖ. Sowohl Sie als auch Ihre Grazer Kollegin, die Bürgermeisterin LGK, schaffen es ja vor allem mit lokalen Themen zu punkten. Bundespolitisch schafft die KPÖ allerdings nicht, das auch umzusetzen in eine Bewegung. Da kommt man praktisch nicht vom Fleck. In Umfragen spielt man keine Rolle. Warum ist das denn so? Ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, es kann, wenn man als kleine Partei ohne einen großen Parlamentsklub, ohne die Steuermillionen, die die anderen Parteien durch die Parteienförderung haben, startet, da muss man von unten was aufbauen, da muss man lokal ansetzen. Und das haben wir auch in der Stadt Salzburg gemacht. Wir haben gesagt, man muss einen ersten Schritt machen. Uns ist es 2019 gelungen, in den Salzburger Gemeinderat einzuziehen. Auch da haben wir gesagt, wir setzen uns als Stimme der Opposition, einer konstruktiven Opposition, vor allem für das Thema leisbares Wohnen ein. Und ich glaube, so ein Aufbau von was Neuem, das kann nur von unten passieren. Und für uns ist die Basisarbeit wichtig. Das heißt, dass man in die Stadtteile geht, mit den Leuten redet, dass man Sprechstunden macht, auch mit einem Teil des eigenen Gehalts, das man vom Politikergehalt abgibt, hilft dort, wo keine andere Hilfe möglich ist. Das ist eine Basisarbeit, das geht natürlich in Gemeinden und auf Bundesländerebene mal unmittelbar am besten. Und es ist natürlich auch ein Raum, wo man mal ausprobieren kann und lernen kann, wie man die politischen Debatten ein Stück weiterbringt, indem man faktenbasiert, Argumente bringt und Modelle vorschlägt, wie man von einer aktiven Bodenpolitik über die Mobilisierung von leerstehenden Wohnungen bis hin zu geförderten Mietwohnbau einfach wieder einen Schritt weiterkommen kann. Und ich glaube, da kann man auch Leute überzeugen, die vielleicht an anderen Parteien aktiv sind, die ihn vielleicht noch nicht wählen, weil es geht ja schon darum, dass man in der Demokratie Vorschläge bringt und da einen Schritt weiterkommt. Danke, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach Salzburg. Sehr gern. Schönen Abend.